moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wir unendlich wins farmen könnt leute das heißt ihr müsst nicht selber zocken ihr müsst selber nichts wetten ihr müsst nicht den letzten töten ihr müsst überhaupt nichts machen von mir aus könnt ihr auch afk sein ihr könnt das ganz nebenbei machen leute spielt alles keine rolle aber im endeffekt kriegt ihr den win gut geschrieben ich zeige euch mal bei mir erst mal meine wins bevor ich euch den glück zeige damit ihr auch seht dass das klappt ich habe in solo 59 leute und ein theoretisch müsste ich nach dem glückstand 60 haben so ich suche mal ein spiel und wir sehen uns dann im spiel leute bis gleich so leute angekommen im spiel zeigt euch mal wie das geht falls ihr euch wundert warum ich hier im sturm bin ganz einfach ich habe einfach diese bot granaten gefunden weil um diesen durchzuführen braucht diese krongranaten und ich habe die erst jetzt gefunden ist leben zwar nur noch sechs gegner aber ich zeige euch den glück trotzdem alles was sie dafür tun ist leute im sterben aber bevor ihr stirbt müsste diese krongranaten werfen ich mache das jetzt einmal so okay leute wie ihr seht bin ich jetzt tot und ich werde nicht aufgefordert das spiel zu verlassen ich bin im zuschauermodus und falls das bei euch auch so ist falls ihr stirbt die krongranaten vorher geworfen habt und dann euch tötet oder getötet werdet das spielt keine rolle leute ihr könnt euch vom gegner töten lassen ihr könnt euch von diesen handlangen töten lassen hauptsache bevor ihr stirbt wirft ihr eine krongranate und wenn das dann bei euch auch so aussieht und da nicht steht spiel verlassen oder wieder bereit machen dann hat es geklappt jetzt müsst ihr einfach nur noch warten bis irgendjemand einen sieg holt und dieser sieg wird euch gut geschrieben ich werde das ganze vorspulen damit ihr euch jetzt nicht dieses gameplay ganzheit anschauen müsst und zeige euch dann in meinem profil bei karriere meine wins ob da jetzt ein win mehr ist oder nicht damit ihr auch seht dass das alles echt ist leute so leute ihr seht der kerl hat einen wingold gg's so jetzt gehe ich mal zurück zur lobby um zu sehen ob das geklappt hat wenn es geklappt hat müsste ich ja jetzt 60 munster haben und seid gespannt leute so wie ihr seht leute ich habe jetzt 60 munster statt 59 das ganze hat geklappt leute ja das war es dann auch für heute falls euch das video gefallen hat leute schreibt in die kommentare lasst es mich wissen lasst ein like da und ein abo wenn nicht schlecht ansonsten sehen wir uns im nächsten video macht's gut ciao